Hey meine lieben Leute, ich mache jetzt gerade noch ein kurzes Video, deswegen, ich bin gerade mitten im Kampf, den wird der Gegner wahrscheinlich noch gewinnen. Hoffe ich mal nicht. Ich habe hier können, ich könnte sehen, meine Füße ist klar. Scheiße hat Riesenskolle und die Bombe zieht gar ein bisschen vieler, bleib ich das noch nicht. Oh mein Gott. 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 der kommt vor allem ist ganz ok i don't know if it seems so dass wir das nicht tun ja leid noch ein bisschen 20 wie ich würde sagen das nächste Video ich glaube das ist ein Foto Ciao